Musik Wir Menschen legen einen bestimmten Lebensweg zurück. Bestimmte Wegabschnitte, durch die wir gehen. Da gibt es die Ausbildungszeit oder Krankheitszeiten, die überwunden wurden, oder Jobs, die wir gelernt haben, oder Jobs, die wir wieder beendet haben und in Neue gegangen sind, Familie gegründet, die Kinder kamen. Das sind alles Wegabschnitte, durch die wir meistens in unserem Leben gehen. Ganz unterschiedlich zwar, aber dennoch sind es immer Wegabschnitte. Wenn ich zurückschaue auf diese Wegabschnitte, die in meinem Leben gewesen sind, dann muss ich sagen, ich bin wirklich durch viele Einzelne durchgegangen, aber ich wusste, durch den einen gehe ich durch und ich habe ihn hinter mich gebracht oder hinter mir gelassen und der Herr war mit dabei. Ich bin in den Nächsten gegangen und ich wusste, Gott ist mit mir. Oder der Nächste, der abgeschlossen wurde oder überwunden wurde, Ich wusste, Gott hat seinen Segen gegeben, er hat seine Gnade gegeben, er hat Bewahrung gegeben, dass ich da durchgehen konnte. Ich war dankbar für viele Dinge, die in meinem Leben in diesen Abschnitten passiert sind. Auch dankbar für Menschen, die für mich gebetet haben, die mir geholfen haben, die mir einfach geholfen haben, durch diese Wegabschnitte hindurch zu kommen. In der Bibel steht, sei dankbar in allen Dingen. Und das muss ich sagen, auch die Wegabschnitte, die mir so schwer gefallen sind, kann ich mit Dankbarkeit anschauen und sagen, Danke Herr, du hast mich wirklich gut da durchgebracht. Im Alten Testament lesen wir, dass das Volk Gottes immer wieder nach bestimmten Wegabschnitten einen Altar baute. Abraham baute einen Altar, Jakob baute einen Altar, Noah baute einen Altar und ganz viele andere, die wir da lesen, bauten nach verschiedenen Wegabschnitten einen Altar. Und das machten sie deshalb, weil dort steht, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Es war nicht immer nur der Altar der Dankbarkeit, sondern es war auch, wie bei Abraham, der Altar, auf dem er Isaak opferte. Manchmal war es in meinem Leben auch so, dass ich Dinge auf diesen Altar legen musste, um sie Gott wieder zurückzugeben. Und es war gut. Es war wirklich gut. Die Erkenntnis kam damit, wenn ich die Dinge losgelassen habe und Gott hat es angenommen. Das Volk baute einen Altar aus Dankbarkeit. Wenn du auf deinen Lebensweg zurückschaust, auf diese verschiedenen Lebensabschnitte, dann kannst du einen Altar in deinem Herzen bauen. Damit ist gemeint die Dankbarkeit, die über deine Lippen kommt. Auch wenn du jetzt im Moment in einer schwierigen Situation stecken magst, das ist nicht das Ende, sondern wenn du zurückschaust, dann kannst du sehen, du warst schon in vielen solchen Zeitabschnitten, in denen es vielleicht auch schwierig aussah, aber wo Gott hindurch geholfen hat, wo er dir Segen gegeben hat, Aussicht auf ein Ende von wirklich bedrängenden Dingen und dass er dich hineingeführt hat in eine neue Zeit, in einen neuen Abschnitt, mit seinem Segen, mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft. Gott hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Heute ist ein Tag, wo du selbst vielleicht mal zurückschaust auf diese verschiedenen Lebensabschnitte, auf deinen Lebensweg, den du bis jetzt gelaufen bist und wo du einen Altar dieser Dankbarkeit aufrichten kannst. Einfach zurückschauen mit dem Blick darauf, für was du dankbar sein kannst. Ich wünsche dir, dass du heute einfach in diese Offenheit vor dem Herrn kommen kannst und dass du fröhlich diesen Altar baust, Stein auf Stein und dass du sagen kannst, danke Herr, ich will dir immer Dank sagen. Ich will mein Herz ausstrecken in Dankbarkeit. Ich weiß, Gott hat mehr für dich.